Yo, moin Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme mit der Newton-Romeat, extra für YouTube jetzt mal wieder eine kleine und bescheidene Aufnahme. Ja, zum einen will ich ein bisschen erklären, weil ich jetzt des Öfteren angeschrieben wurde, was ist eigentlich los mit der Romeat. Ja, und zum anderen haben wir zwei, vier, sechs Clips noch jetzt für den, jetzt kann man sagen, 20. März noch, die ich euch zeigen wollen würde. Ja, ihr kennt das ganze Jahr. Habe ich gedacht, da können wir ein bisschen talken, beziehungsweise ein bisschen erzählen. Ja, Freunde, was ist in letzter Zeit los? Warum kommen auch, selbst wenn ich freie Tage habe, keine Streams? Ja, Rede und Antwort, wie gesagt, ich wurde jetzt öfters angeschrieben, PM per Twitch, PM per Twitter, PM hier auf Facebook und auch so. So, selbst Arbeitskollegen, die mir zuschauen, haben wir gefragt, ja, du hast jetzt frei, warum hast du nicht gestreamt? Was ist sonst immer und keine Ahnung was. Ganz einfache Sache, ich meine, ihr habt ja mitbekommen, dass mein Arbeitsvertrag zum Ende April ausläuft. So, auf der einen Seite habe ich zwar einige Firmen, die sagen, melde dich einfach, wenn der Vertrag weg ist. Ich vertraue dem ganzen Braten, aber nicht, weil ich habe doch nichts schwarz auf weiß. So, jetzt bin ich noch dabei, habe den ganzen Bewerbungsstress, habe den ganzen Stress drumherum. Es kommt noch dazu, ich muss mein Auto noch durch den TÜV bringen, mache mir da so ein bisschen Kopf drum. Und, ja, jetzt streikte die Tage des öfteren mal mein Internet rum, also mein Upload, was mir halt auch nicht ermöglichte zu streamen. Da habe ich aber auch auf Twitter was geschrieben. Und warum habe ich zum Beispiel heute am 19. nicht gestreamt, also 19. auf den 20. ganz einfache Sache, weil, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Ich habe eigentlich ab heute, den 20.03. Nachtschicht, ne, muss mein Körper ja ein bisschen darauf trimmen, ihr kennt das ganze Spektakel, ähm, und wisst vielleicht aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, äh, manchmal von Tag auf Nachtschicht, dieses Kontischichtsystem, äh, da zu wechseln und hast nicht gesehen. So, jetzt habe ich meinen Körper darauf eingestimmt gehabt, bekomme halt heute im Laufe des Tages, ähm, einen Anruf, ähm, ja, du, ähm, problematisch. Aber du musst morgen in die Nachmittagsschicht kommen. Äh, ich denke, wow, äh, was ist los? Ähm, ihr wisst, ich habe Nachtschicht, ich muss mich auch darauf einstellen. Ja, wir haben einen Personalmangel, du weißt, wir dürfen das auch, ähm, machen wir jetzt so, du wirst jetzt, äh, den Donnerstag und den Freitag, ähm, ne, Mittwoch, Donnerstag, so war das genau, Mittwoch, Donnerstag in die Nachmittagsschicht gehen und Freitag und Samstag in der Nachtschicht bleiben. Ich denke so, wow. So, ja, angeblich bekomme ich meine Nachtschichtzulage, ja, alles gut und schön, aber ich musste von heute auf morgen auch jedes Mal diesen, diesen Rhythmus dann anpassen, auch so einen Hass nicht gesehen. Deswegen habe ich heute den Stream total flach liegen lassen, ähm, mein Laune ist total, a, total im Eimer, das passiert auch in letzter Zeit öfter durch diesen ganzen Heckmeck hin und her, aber da mal zur Erklärung, dass ihr auch wisst, woran ihr seid und warum ab und zu auch vielleicht einiges ein bisschen falsch rüberkommt, wie es eigentlich sein sollte oder gemeint ist. Ähm, viele sagen, äh, äh, mir dann jedes Mal, ich bin grumpy oder keine Ahnung was oder meine Laune sei, ähm, ja, ganz komisch. Ähm, zum einen hoffe ich, dass ihr das versteht, warum meine Laune teilweise so ist und zum anderen einiges ist gar nicht so gemeint. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Naja, wie denn auch sei. So, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das zur kleinen Erklärung, was, ähm, die letzten Tage an Streams halt ausgefallen ist. Ähm, jetzt muss ich noch gucken, wir haben uns jetzt, ähm, dazu entschlossen, gewisse Projekte, oder ein Projekt auch an den Start zu bringen. Müssen wir noch schauen, äh, wann es an den Start geht und wie wir das Ganze machen. Ähm, es kommt jetzt noch am 26. das, ähm, Generation Zero raus, wo ich ja mit Leuten spielen will. Ich habe eigentlich auch vor, ähm, am 23. auf die Demo zu gehen, ne, also Artikel 13 hast du nicht gesehen. Ähm, ja, ich weiß, euch hängt das Thema zum Hals raus, mir aber, äh, ja, nicht, weil es geht um einiges, ähm, was mich zum Beispiel als, ähm, damaliger Haupt-YouTuber, also der nur YouTube gemacht hat, damit meine ich jetzt nicht, äh, professionell oder beruflich, sondern, ähm, wirklich so nebenher, ähm, der dann zu Twitch gefunden hat, weil es viel, viel mehr Spaß machte, live zu interagieren. Und, ähm, YouTube ist irgendwann nachgezogen. Viele werden jetzt auch sagen, warum streamst du nicht auf YouTube? Ganz einfach, weil ich mit Twitch einen Vertrag eingegangen bin und fertig aus, ne? Und, ähm, ja, wenn das nicht mehr möglich ist, ähm, ist zum einen das Hobby weg und zum anderen Interaktion mit den Leuten, ähm, wo man halt mitspielt, ähm, die live dabei sein wollen, sich betüllen lassen wollen und keine Ahnung was. Deswegen Artikel 13, ähm, ganz, ganz wichtige Sache, haben 23. in ganz Deutschland, Europa viele, viele Demos, die an den Staat gehen, gehen werden und, ähm, ich hoffe, dass da viele, viele dran teilnehmen werden. Äh, wobei jetzt ja schon Gerüchte laut werden, die CDU würde jetzt gegenrudern, ähm, zwecks, ähm, Artikel 13 zu verhindern. Die, die es an den Staat brachten oder bringen wollten, würden jetzt angeblich dagegen rudern. Aber auch dem raten traue ich noch nicht ganz, weil, ähm, wer weiß, wer weiß, wir kennen das Ganze ja. Nichts schwarz auf weiß, du hast es nicht gesehen, müssen wir abwarten. So, Freunde, jetzt haben wir aber genug geschwadet. Ich würde gern, wie gesagt, ein paar Clips mit euch durchgehen. Da sind wieder einige Schmuckstücke, die dazu kamen. Dafür wechseln wir jetzt einfach mal die Szene wieder. Und wir haben hier das typische, ne, kennt es ja, wo ich euch die Clips halt zeige. So, Freunde, ich hab mir ne Klappe und los geht es. Geht auf den Würfel noch? Ja, geht doch. Danke. Bitte. Oh, das sind... Oh, was ist denn das denn? Ach, sie hat gerade Hände geknungen. Oh, das war Lederlappe, nur umgekehrt. Überall so, Batman, Batman, da kommt Lederlappe. Bahati ist es. Ja, hallo, dann... Oh. Ja, da hab ich mich echt zum einen tierisch erschrocken. Nattis, äh, Nattis, hm. Hattis Nieser, wie sonst was. Sonst, ihr hört ja sehr, wie es dann auch immer redet und lacht und keine Ahnung was. Und auf einmal niest du. Und dann einfach, oh, mit vollem Druck und sogar Jenna-like. Also wirklich, ähm, mit männlicher Stimme. Man kennt's ja dieses, ähm, überall heißt es, ich bin Batman, I am Batman, je felle le Batman. Schlag mich tot, ja, in jeder Sprache. Und dann kommt dieses, ich bin mir nicht sicher, ob das Dänemark oder Finnland war, ja, überall Batman, Batman, Batman. Denn Lederlappen. Ja, in Finnland heißt es Lederlappen. Warum heißt es Lederlappen? Deswegen kam ich da drauf, dieser Vergleich. Halt die Rede die ganze Zeit. Ja, alles hier, du musst die Steine da, dieses, das. Oh, oh, oh. Ne, das ist so umgekehrtes Lederlappen. Deswegen kam ich halt da drauf. Das war schon, ja, war schon, schon krass. Da ist dieser Clip dann entstanden. So, jetzt haben wir hier einen weiteren. Und dann haben wir das Spiel gewechselt. Ähm, das war übrigens, äh, Shit Happens. Jetzt kommen wir zu Eko. Wir haben uns Eko mal angeschaut. Für mich ist es komplett Neuland. Äh, hat die kennt das Spiel, glaub ich, schon. Und, und kannte das Spiel schon. Und da kam dann auch ein Clip. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ach, abgedanzt. Ja, Romeo danzt da ab wie sonst. Das ist ja wie so ein Spacken. Oh mein Gott. Ja, das wurde natürlich auch geklippt. Äh, wie soll es auch anders sein? Ne, aber ich meine, okay, wenn man spastet, dann muss man sich auch, ähm, damit abfinden, dass da jemand einen Clip draus macht. Das ist schon, naja. Ich hab halt am Streaming PC eine andere Cam, das ist meine alte Cam, die ich je mal dran hatte, ähm, integriert, weil ich echt überlegt hab, wie kriegst du noch eine zweite Cam irgendwie ins Laufen? Das hatten sich Leute gewünscht, wenn ich immer so Spasten mache irgendwie. Also so, so ab, äh, flippe, zappel, wie auch immer. Hab ich jetzt da drüben mit einem Numpad, was extra für ein, ähm, äh, Laptop gedacht war, äh, per USB angeklemmt. Und ja, jetzt hab ich da drüben halt auch eine Cam, wo man das halt sieht. Ich hab ein bisschen meine Stream-Ecke auch gesehen. Freunde, wir machen aber direkt weiter. Jetzt sind wir wieder bei Shift Happens. Oh, okay, das hab ich. Oh, okay, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Genau, streichen jetzt mit deinem Bauch. Hast du toll gemacht? So auszusehen. Guck mal, das klappt doch. Errungenschaft. Im eisigen Höhlen. Es war auch cool. Nachdem wir da Ewigkeiten gebraucht haben, halt, ähm, da hochzukommen, beziehungsweise ich da hochzukommen, hat's dann funktioniert. Ich hab da an der Ecke gestanden, mich noch bedankt, äh, bei jemandem aus dem Stream, aus dem Chat. Und hat die ganze Zeit, komm, 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 drückt und drückt und ich renne dann auf einmal los und zack, war ich wieder unten. Und da kommt dann so was zustande. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Na, wurde auch direkt geklippt. Fand ich geil. Fand ich richtig geil. So, Freunde, wir haben jetzt ein Spiel. Ist kostenlos auf Steam verfügbar. Dungeon Defender 2 heißt es, glaub ich. Und, ähm, da haben wir ab und zu mal reingeschaut. Da kamen auch so einige lustige Szenen und, und Sachen zustande. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier war. Ist das jetzt eine Zusage? Machen wir das auf der Gamescom-Azuta? Wenn du in der riesigen Banane kommst. Du, ich mach das. Das weißt du. Gut. Okay. Ich erwarte dich mit einer riesigen Banane. Okay, und dann machen wir ein Dingens da. Hier, ähm, Spice Girls. Und Matsuda läuft dann als Affe. Er ist einfach oben ohne. Nimmst du denn meine Banane in die Hand? Nee, nee. Leck dir dann über die Glatze. Genau. Und zwar, ähm, kam das Thema zustande. Ich hab da ein Lied von den Spice Girls gesungen. If You Wanna Be My Lover. Ne, und, ähm, da hatten wir vorhin ein Thema von wegen, äh, ne Bandgründen und keine Ahnung was. Hab ich zu Matsuda, hab ich auch auf der Gamescom das erste Mal gesehen. Äh, so schon haben wir ziemlich lange miteinander zu tun. Öfter gespielt und hast nicht gesehen. Ähm, gesagt, ähm, machen wir das auf der Gamescom nach. Weil er meinte, das kann man ja mal irgendwann machen. Also machen wir auf das Gamecom nach. Sagt er, wenn du in eine riesigen, ähm, in eine riesige Banane kommst. So hab ich mir überlegt, so ein Bananenkostüm kriegst du ja wahrscheinlich bis dahin irgendwo her. Äh, machen wir. Und ich hab letztes Jahr schon diesen Breakdance gemacht. Weil ja viele Sachen traust du dich eh nicht, ne? Ja, hab mich auf den Boden gelegt, auf den Rücken, einer hat's Bein genommen und dann blubb, einmal, äh, um die Achse gedreht. Ja, und dieses Jahr, mal gucken, ob ich noch das Bananenkostüm kriege. Aber ich werd das machen. Ne, ich verlange von Matsuda, dass wir die Spice Girls nach, äh, singen, machen, wie auch immer. Irgendwo hinstellen, denn, if you wanna be my lover und dann voll abdancen. Ich schwöre dir, ich, ich, ich warte drauf, dass der Matsuda da mitmacht. Wie, wenn nicht. Wie, wenn nicht. Ja, wir bleiben jetzt aber bei Dungeon Defender 2. Da sind mich jetzt noch, ist noch ein weiterer Clip. Und zwar der hier. Steff, ich wünsche dir eine gute Nacht. Komm gut zu liegen und im Schönen den neuen Tag rein. Schlafen Sie gut und gehaben Sie sich wohl bis zum nächsten Mal. Amen. Genau. Weil sie vorher den Befehl Romiat benutzt hatte. Ich hab, äh, ihr kennt doch wahrscheinlich hier, ähm, die reiche Familie, die, die, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die Geissens, genau. Äh, da schreit doch, kam immer Robert, da hab ich mir halt so ein Befehl gemacht mit Romiat. Dann hat sie benutzt und sie sagte halt, sie geht schlafen. Und, äh, dachte ich mir, äh, ja, machst du jetzt einen Scherz draus? So kam denn dieses da zustande, diese Szene da. Ja. Jetzt haben wir hier noch einen Clip. Das ist der letzte, auch Dungeon Defender 2. Ich weiß gar nicht mehr. Was, 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 wartet das noch für ein Clip? Ich weiß es echt nicht mehr. Gucken wir mal. Müssen jetzt hier lauter machen. Das Pfannkuchengesicht. Ach, das Pfannkuchengesicht. Ne, Sandkuchengesicht. Genau, das war das Sandkuchengesicht. Na, wow. Das hat, äh, das hat die, glaube ich, als, äh, als Clip gemacht gehabt. Naja, dann ist das halt so. Ne, das waren alle Clips. Ja, gut. Freunde, das soll es auch schon gewesen sein. Ihr wisst jetzt, was die letzten Tage so passierte. Letzte Woche, äh, Wochen seit auf dem neuesten Stand. Haben auch noch ein paar Clips mit untergebracht. Ähm, sind wir heute bei knapp, ja, 14 Minuten, 15 Minuten Video. Ähm, schauen wir mal, wie es jetzt bald weitergehen wird. Ein paar Projekte haben wir auch noch offen. Nochmal die Sicht, äh, von meiner Seite mit Far Cry 5. Ähm, mit den Alternativ-Auswahlmöglichkeiten, die wir noch vor uns haben. Denn Generation Zero, was ja jetzt auch bald auf den Markt kommt. Ähm, äh, wie hieß das andere nochmal? Valhalla? Das Battlegrounds hast du nicht gesehen im Wikinger-Zeitalter. Ja, es sind noch so einige Sachen. Und wir müssen natürlich noch Borderlands der Presequel zu Ende bringen. Und apropos Borderlands, ähm, Borderlands wird jetzt bald offiziell angekündigt, aber es wird im Epic Store sein. Na ja, gut. Soll es so sein. Ist egal. Das nochmal so als kleine Info. Freunde, ich bin an dieser Stelle raus. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mir einen Daumen nach unten gebt, sagt mir, warum, weshalb, dass ich weiß, woran ich bin. Ich hoffe, euch gefallen die Videos, dass ich euch daran teilhaben lasse mit den ganzen Clips und so weiter. Und euch auch informiere und trotzdem noch ab und zu Videos mache für YouTube. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.